Hallo meine Freunde, ich habe mich dazu entschlossen, einfach bei YouTube jetzt auch Videos hochzuladen. Erstmal wird das so aussehen, dass ich meine Facebook-Beiträge, die ich dort auch regelmäßig poste, einfach erstmal ablese und euch quasi als kleines Hörbuch sozusagen präsentiere. Ich lese die Texte, die ich geschrieben habe, vor. Ihr seht mein Gesicht dabei und ich mache das alles ein bisschen Freestyle. Also ich habe jetzt nichts hier aufgeschrieben, was ich euch erzähle oder so. Kurz zu meiner Person, die mich noch nicht kennen. Ich bin kein Psychologe, ich bin 27 Jahre alt, wohne in Köln und ich beschäftige mich einfach mein ganzes Leben schon mit Psychologie. Ich hatte eine Krebserkrankung, ich hatte Depressionen, ich war 8 Jahre Glücksspielautomatensüchtig, war 10 Wochen in einer stationären Therapie und im Nachhinein bin ich dankbar darüber, dass ich das alles erfahren habe, erfahren musste, weil das mein Leben bereichert hat, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach, ich dachte, ich wüsste alles, ich wüsste, wie das Leben funktioniert und ich brauche den Sport, um mich irgendwie körperlich selbst zu verwirklichen. Ich brauche halt ein gutes Erscheinungsbild, um immer up to date und immer unter den Coolen sein zu können. Und ich habe halt gemerkt, es geht nicht darum, halt immer noch einen größeren Fernseher, ein größeres Auto, noch mehr Geld zu bekommen, sondern es geht darum, glücklich zu sein im Leben. Und natürlich ist es angenehm, wenn man nicht jeden Euro umdrehen muss, aber das Leben hat viel mehr Qualitäten als im Endeffekt bloß nach Geld zu streben oder nach noch einem besseren Körper, noch einem größeren Fernseher. Weil im Endeffekt, man kann glücklich sein mit sich selbst, man kann sich selbst lieben und wenn man das geschafft hat, dann braucht man eigentlich nichts, weil man hat sich selber und alles andere wie Freunde, Familie, eine Beziehung, Kinder, das ist alles optional. Das können alles schöne Sachen sein, aber wenn man total überfordert ist mit seinem eigenen Leben, dann mit seinem Partner total überfordert ist und sich dann entschließt, okay, vielleicht wenn wir jetzt ein Kind zeugen, wird das ganze Leben in unserer Beziehung besser, wir heiraten, wir werden endlich glücklich, so. Dann ist das in meinen Augen eigentlich irre Glauben, weil man kann auch ein Haus nicht auf einer Basis von Scheiße bauen. Das ist einfach Fakt. Und ich sehe einfach da draußen so viele Menschen, die noch nicht in diesem Bewusstsein sind, wie ich das jetzt bin, durch diese ganzen Schlicksalsschläge, die ich halt brauchte, um halt wirklich aufwachen zu können. Ich habe mich sozusagen aus der Praxis, in der ich mich befunden habe, ich hatte Angstzustände, ich hatte teilweise Suizidgedanken, ich wollte nicht mehr leben und ich habe mich aus der Praxis dann, weil es nicht mehr anders ging, durch die Depression, mit der Theorie sozusagen selbst befreit. Also ich kenne das Gefühl, süchtig zu sein nach etwas und ich weiß auch, dass wenn man süchtig ist, dass man sich das selbst gar nicht so, dass man das gar nicht selbst wahrnimmt, dass man süchtig ist, weil ich habe mir meine Spielsucht zum Beispiel immer so selbst verkauft, indem ich gesagt habe, das ist mein Hobby und ich bin nicht süchtig, ich spiele halt gerne um Geld und das Geld tut mir nicht so weh und ich könnte das Geld zwar für anderes ausgeben, aber ich arbeite hier auch und ich kann mit meinem Geld machen, was ich will und andere Kollegen von mir fahren ins Bordell, andere Kollegen trinken regelmäßig Alkohol, wenn sie Party machen und ich habe halt sozusagen mein Hobby, ja, die Spielhalle und die tut keinem weh, ich tue mir selber nicht weh und ich kann da gewinnen und man verliert nicht immer und diese ganze Scheiße habe ich mir immer wieder eingeredet, ich habe es wirklich geglaubt und ja, einfach sozusagen die Sucht nach Sport, die Sucht nach Glücksspielautomaten in der ganzen Zeit habe ich vergessen, einfach, dass ich auch einfach mal für mich sein kann, dass ich einfach mal für mich einfach mal zum Beispiel meiner Familie meine Hilfe anbieten kann oder einfach mal mich bei Freunden melde und frage, wie es denen geht und einfach frage so, ob ich irgendwo helfen kann oder sowas, nicht aufzwingen oder sowas, aber einfach, warum verlangt man immer oder warum habe ich immer verlangt, die anderen können sich auch mal melden, ja, aber darum geht es doch gar nicht, so, also ob ich mich jetzt zehnmal melde und die Person sich nur einmal meldet, es geht doch darum, dass man am Ende des Tages versucht, einfach sich selbst zu verwirklichen, seinen Tag nicht zu entdecken, sondern zu erschaffen und dazu gehört für mich einfach bereit sein, man kann auch den ersten Schritt machen, auch öfters, so ist doch gar kein Problem und solange man die Zweisamkeit dann mit seinen Freunden oder mit seiner Familie genießen kann, daran soll es doch nicht scheitern, dass man dann selber fünf Sekunden investiert, um halt zu schreiben, eine WhatsApp oder kurz einen Anruf zu tätigen und fragt, wie es den anderen geht und ob die Person gerade Zeit hat oder ob man sich treffen könnte oder sowas und das wäre doch gelacht, wenn, in Anführungsstrichen, man kann nur gewinnen und wenn die Person dann keine Zeit hat, dann rufen halt die nächste Person an und also es gibt gar keinen Grund irgendwie, ich hole schon wieder zu weit aus, okay, das sollte erstmal reichen, so zum Intro, zu meiner Person und ich lese mal den Beitrag, den ich bei Facebook am 22. September gepostet habe vor, ich habe den Beitrag Real Talk genannt, also Klartext, Sein Leben zu leben heißt, unter anderem selbstständig zu denken, Situation neu zu erfahren, die man in der Vergangenheit nicht erfahren konnte, weil man die Meinung anderer einfach kopiert und akzeptiert hat, ähnlich wie bei einem Verkaufsgespräch, wo man dann feststellt, was soll ich mit dem Scheiß? Genau, dann habe ich noch ein Foto dazu gepostet. Dieser Beitrag sollte dazu dienen, einfach sich mal Gedanken zu machen und nicht einfach, in Anführungsstrichen, die Glotze anzuschalten, sich von den ganzen Werbespots so berieseln zu lassen, dass man dann irgendwie denkt, okay, ich brauche jetzt, in meinem Fall war das, in der Fitnessszene ist gerade so ein Hype am Rumgehen bezüglich so einer 2,2 Liter Bottelflasche, wo man dann quasi so, ja, mit Griff in Anführungsstrichen, ja, die Möglichkeit hat, auf einen Schlag 2,2 Liter Wasser zu trinken oder halt da Eiweiße reinzumischen. Ich suche den gerade, aber kann auch sein, dass er da schön weggeschmissen habe. Ja, er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Auf jeden Fall habe ich dafür 15 Euro bezahlt und ich habe das Ding nicht einmal mit ins Fitnessstudio genommen, weil es einfach ausreicht, wenn man sich eine ganz normale, ja, Wasserflasche für 19 Cent oder irgendwas mitnimmt und daraus trinkt. Warum muss man eine 15 Euro Plastikflasche dann mitnehmen, um sozusagen, während man trainiert, 10 Gramm aktiv Eiweiße zu sich zu nehmen, weil der Körper ja sonst eventuell durch diese, ja, so schlimme Belastung, wenn er die Eiweiße, diese 10 Gramm Eiweiße nicht bekommt, zusammenklappt, was natürlich total erkappt ist, aber ich habe gedacht, ja krass, ich brauche das und ich habe es gekauft und ich habe es nie benutzt. Jetzt rede ich schon wieder 8 Minuten, unglaublich, aber das ist nicht schlimm, ich beende das Video jetzt und ich werde auf jeden Fall öfters jetzt so Videos posten. Wäre cool, wenn ihr einfach einen Kommentar da lasst, das Video liked, eventuell auch teilt, weil, ja, ohne Reichweite halt kommen diese Informationen auch zu niemanden und es wäre halt schade, weil ich finde, das betrifft jeden von uns. Wir sollten, ja, uns einfach mal auch Zeit für uns selber gönnen, nicht immer nur arbeiten, Hobbys, Freunde, immer für andere leben, sondern einfach mal für sich da sein und wenn man für sich sozusagen dann sich aufgeladen hat, sich mit sich selbst beschäftigt hat, geschaut hat, was mag man eigentlich selber gerne, weil ich habe auch immer selber gerne gesagt, ich habe nichts, ich brauche mehr, ich habe schon einen großen Fernseher, das ist aber nichts, weil ich brauche einen noch größeren Fernseher und einfach mal mit den Dingen zufrieden zu sein, die man hat, weil man hat nicht nichts, man hat so viel, man muss einfach nur die Augen aufmachen und das finde ich verdammt wichtig in dem Sinne, schönen Freitag noch und macht's gut, ciao